Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid fit und in Herbststimmung und das Wetter ist so, wie ihr euch das wünscht. Ich dachte mir, heute machen wir mal ein entspanntes Sit-Down-Video und ich erzähle euch ein bisschen was von den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und Chile, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind oder die, sagen wir mal, für mich am signifikantesten waren oder sind in meinem Leben hier in Chile. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 wird meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Micro-Business-Kultur. Das war super schwer für uns zu verstehen am Anfang. Wenn ich irgendeinen Gegenstand kaufen wollte, wenn Wohnungen einrichten, dann habe ich echt lang suchen müssen und bin oft in den Supermärkten nicht so richtig fündig geworden. Wenn es beispielsweise ging um Putzmittel ohne Parfümstoffe zum Beispiel oder irgendwelche Random-Haushaltsgegenstände wie zum Beispiel ein Trichter oder so. Oder auch wenn es um spezielle Lebensmittel ging, um spezielle Zutaten, zum Beispiel um eine Varietät an Haferflocken oder verschiedenen Müsli-Sorten oder sowas, dann war das alles in den Supermärkten nicht so richtig vorhanden. Inzwischen habe ich begriffen, dass hier in Chile die großen Supermärkte zwar existieren und auch immer die Basics sozusagen haben, aber wenn man was Spezielleres sucht, dann ist man da an der falschen Adresse. Also in Deutschland kriegt man jetzt zum Beispiel im Rewe oder im Kaufland oder im, wie heißt das noch, Edeka, kriegt man ja quasi alles. Und das ist hier eben nicht gegeben und wenn man was Spezielles sucht, dann orientiert man sich an den Micro-Businesses. Und ich finde es wirklich erstaunlich, so gut wie jeder, den wir kennengelernt haben, hat in irgendeiner Art und Weise ein kleines Business und verkauft irgendwas. Das heißt, die Versorgung der Bevölkerung hier mit spezielleren Sachen erfolgt ganz, ganz stark über Einzelpersonen, die sich selbstständig gemacht haben mit dem Vertrieb von bestimmten Sachen. Es gibt ganz oft so kleine Märkte, wo dann einzelne Personen den Stand haben. Oft ist es so, dass die keine eigene Homepage so richtig haben, sondern dass alles über Instagram läuft und dass man quasi auf Instagram sehen kann, wo die sich jetzt gerade befinden, wo man was kaufen kann oder dass die einen Online-Shop haben, der über WhatsApp funktioniert. Also ich kenne es überhaupt nicht aus Deutschland. In Deutschland wird ja WhatsApp überhaupt nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht im Kommen ist, seit ich weg bin, aber fast alle Unternehmen, mit denen ich jetzt irgendwie, also nicht zusammenarbeite, zusammenarbeite, sondern deren Service ich nutze. Das geht fast alles über WhatsApp-Unternehmensaccounts. Zum Beispiel das Hundefutter beziehen wir über den Bruder einer Freundin, der halt einen Online-Versand für spezielles Diät-Hundefutter aus Deutschland hat. Das heißt, wir kaufen bei dem über WhatsApp, der schickt uns das nach Hause. Ich kriege denen die Rechnung über WhatsApp, ich überweise das dann und es funktioniert alles so. Dann zum Beispiel auch die Dame, die meine Wimpern-Extensions jetzt macht, hat auch eine Instagram-Seite und ein Unternehmens-WhatsApp. Ich schreibe denen WhatsApp, mache einen Termin mit ihr aus, die kommt dann zu mir nach Hause, macht bei mir zu Hause die Wimpern. Aber auch ganz, ganz viele Cafés, wenn man da reingeht und sich unterhält, dann sind es oft die Besitzer, die da drinstehen. Das ist manchmal ein Problem, weil dadurch die Öffnungszeiten nicht so ganz zuverlässig sind und auch nicht so ganz lang sind, weil eine Person, die ihren Laden selber leitet und selber drinsteht, natürlich nur so und so viele Stunden Zeit hat, da zu stehen, weil vielleicht hat sie noch Kinder zu Hause oder ist mal krank und dann bleibt der Laden halt zu. Das heißt, die Öffnungszeiten von so kleineren Geschäften sind oft unzuverlässiger, aber halt eben Unternehmer geführt und man kann da reingehen und sich einfach direkt mit dem Inhaber unterhalten. Was wir vor allen Dingen machen hier bei uns in der Nähe bei so kleinen Empanada-Läden oder so kleinen Gemüse-Supermärkten, so Tante-Emma-Läden zum Beispiel. Wobei ich sagen muss, die Tante-Emma-Läden, die halten sich schon an die Öffnungszeiten, aber gerade so Empanada-Verkäufe oder so, was man aus dem Ausland kennt, so unter 7-Eleven, was zwar auch irgendwo ein Tante-Emma-Laden ist, aber mehr so frische Sachen verkauft, so Backwaren und Kaffee-to-go und solche Sachen, die haben da meistens auch ein, zwei Tische. Alles Inhaber geführt, also nicht alles, aber sehr vieles. Ich musste erst lernen, wenn ich ein spezielles Produkt suche, dass ich mich einfach umhören muss und fragen muss meine Bekannten, wo kauft ihr das? Und meistens kennen die dann irgendjemanden, der das verkauft und dann muss man wissen, wie der heißt, muss nach dem seiner WhatsApp-Nummer fragen und dem ein WhatsApp schreiben oder ihr und dann kriegt man so quasi, was man braucht. Aber im Supermarkt hat man oft schlechte Karten. Das war natürlich am Anfang extrem kompliziert für mich, weil ich zum einen nicht nur die Sprachbarriere hatte, ich hatte auch das Problem, dass ich einfach nicht so einen großen Bekanntenkreis hatte und die Bekannten, die ich hatte, halt nur so und so viele Sachen oder Personen gekannt haben. Dann die zweite Sprachbarriere, in dem Sinn, dass ich vielleicht in WhatsApp fragen muss, wie genau das läuft, was sie genau für Produkte in der Auswahl haben. Und dann kommt noch dazu, dass in Chile oft noch andere spanische Wörter verwendet werden als in anderen Ländern. Also mit dem Spanisch aus Spanien kommt man hier sowieso nicht weit. Aber selbst mit dem kolumbianischen Spanisch, was wir in Deutschland gelernt haben, da sind die Begriffe oft sehr, sehr unterschiedlich und die Chilenen haben eigene Wörter für manche Sachen, gerade wenn es was Spezielleres ist. Und das macht es quasi unmöglich, durch Googlen irgendwas zu finden hier. Das mit den Microbusinesses ist natürlich auf der einen Seite gut, weil es anscheinend, soweit ich das verstehe, eine sehr geringe Einstiegshürde gibt, sein eigenes Business zu gründen. Die Buchhaltung ist relativ einfach, also einfacher als in Chile und alles wird einfach mit der Einkommenssteuer verrechnet und fertig. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Unternehmensformen, für wenn das Unternehmen wächst, dass man dann quasi eine GmbH wechselt oder sowas in die Art. Aber man startet hier eben auch als Einzelperson sozusagen und macht das alles über die Einkommenssteuer, so wie halt in Deutschland ein Kleingewerbe ist. Und die Grenzen sind hier relativ fließend. Man kann hier auch als Privatperson einer anderen Person eine Rechnung stellen, ohne dass man dafür direkt ein Unternehmen angeben muss oder ein Unternehmen gründen muss. Man kann einfach wirklich, es gibt so ein Online-Tool, das ist irgendwie relativ easy, da sage ich, okay, ich stelle eine Rechnung, es gibt ja hier diese Route, diese Zahlversicherungsnummer von meiner Route auf seine Route oder ihre Route und dann überweist er mir das und das wird dann zugeordnet direkt mit dem Bankkonto und das ist dann am Ende des Jahres einfach in der Steuererklärung drin und fertig. Also super easy. Und das ist natürlich echt schön, dass man sehr viel einfach bei Privatpersonen kauft und nicht bei großen Konzernen. Die negative Seite des Ganzen ist, dass sehr viele halt neben ihrem normalen Angestelltenberuf auch noch so eine kleine Mini-Impresa haben, einfach, weil das Gehalt nicht reicht aus dem Job, weil der Lohn hier nicht so hoch ist. Also das ist wieder die negative Seite daran, aber das Positive ist eben, dass es relativ einfach ist, das legal durchzuführen. Und ja, es hat irgendwie was viel Persönlicheres und das Lebensgefühl ist anders und dadurch erweitert man dann seinen Bekanntenkreis wieder und jeder kennt jemanden und so weiter und so fort. Also obwohl wir hier in so einer Millionenstadt wohnen, ist es gefühlt ein Dorf. Der zweite kulturelle Unterschied, der hier ganz stark ins Gewicht fällt, ist die, wie soll ich das sagen, Grillkultur. Wobei ich sagen muss, dass es mehr die Kultur ist, wie man sich mit Freunden trifft und wie man Zeit zusammen verbringt. Und größtenteils, wenn man sich mit jemandem trifft, um in der Freizeit einfach zusammen zu sein, dann größtenteils gibt es ein Asado, also es wird gegrillt. Die Chilenen lieben es zu grillen. Und das Ganze läuft immer nach demselben Schema ab, was ich total witzig finde, was ich aber auch schön finde, weil man eigentlich immer weiß, was einen erwartet. Meistens verabredet man sich am Wochenende, am späten Nachmittag, trifft dann zusammen und der Grill wird angeheizt bzw. angemacht und nicht wie in Deutschland ein Steak oder ein Würstchen oder ein eingelegtes Stück Fleisch oder Spieße werden auf den Grill gelegt, sondern ein riesiges, großes, fettes Stück Fleisch, was ich ja persönlich nicht esse, weil ich Vegetarier oder Pesketarierin bin. Das heißt, für mich gibt es dann immer irgendwas anderes. Aber sagen wir mal, der gemeine Chilene, der nicht Vegetarier ist und mein Mann natürlich und andere Deutsche und so, man trifft sich, dieses große, riesige Stück Fleisch wird im Ganzen auf den Grill gelegt und dann wird gestartet mit einem Pisco Sour. Das ist der typische Cocktail hier, bestehend aus Limonsaft, Eiweiß und Pisco, was ein Schnaps ist. Am Anfang hat mich das ziemlich geschockt, denn den ersten Pisco Sour, den wir getrunken hatten bzw. den ich probiert habe, den hat mein Mann sich bestellt in einem peruanischen Restaurant und die peruanischen Pisco Sour sind meistens deutlich stärker bzw. sie sind einfach ultra stark. Und das heißt, ich kannte den Geschmack, ich wusste, dass es mir schmeckt, aber ich wusste auch, die sind ziemlich stark. Und hier ist es üblich, dass man als allererstes, bevor man irgendwas isst, bevor man sich hinsetzt, bevor man irgendwas macht, wird erstmal ein Glas Pisco Sour gereicht zum Anstoßen und getrunken. Und am Anfang war das für mich echt ein Schock, weil ich dachte so, boah, ich habe ja noch nicht mal was gegessen, ich kenne die Leute nicht. Wie kann ich jetzt so einen starken Cocktail trinken? Wie soll ich den Abend überleben? Ich will mich ja gar nicht betrinken, so ungefähr. In Deutschland ist es ja eher so, man kommt irgendwo hin, dann isst man erstmal in Ruhe. Wenn man gut gelaunt ist, startet man mit einem Bier oder mit einem Glas Wein. Und je später der Abend und desto lustiger die Stimmung, dann wird vielleicht irgendwann auch geschnäpselt. Aber ja, immer erst gegen Ende. Und in Deutschland ist es ja so, die Stärke des alkoholischen Getränks wird im Laufe des Abends immer stärker. In Chile ist es eben genau umgekehrt. Man startet mit dem stärksten Getränk, nämlich mit dem Pisco Sour, vorm Essen. Und dann wird es im Laufe des Abends immer schwächer. Was natürlich total viel mehr Sinn macht, weil man dann halt gegen Ende schon fast wieder nüchtern wird, beziehungsweise nicht sich noch irgendwie Schnaps reinkippt, bevor man nach Hause geht und ja im Endeffekt auch nichts mehr davon hat, wenn man das so sagen will. Mit der Konsequenz, dass es einem am nächsten Tag nicht so schlecht geht. Es ist hier tatsächlich auch genau wie in Deutschland üblich, dass man eigentlich immer Alkohol trinkt. Natürlich kann man auch hier Nein sagen, wobei ich sagen muss, ich habe es noch nicht gemacht. Wir haben ja auch kein Auto, das heißt, es gibt ja bei uns auch keinen Fahrer. Eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist hier in Chile, dass zumindest in den verschiedenen Bekanntenkreisen, mit denen wir uns jetzt getroffen haben, dass die Fahrer auch genauso trinken und zwar mehr als ich sagen würde, verkraftbar ist zum Autofahren. Also ich habe es jetzt schon öfter erlebt, dass die Leute hier Fahrer wie Nichtfahrer gleich viel trinken mit dem Unterschied, dass der Fahrer halt fährt. Aber es wird da kein Unterschied gemacht in der Menge des Alkoholkonsums, was ich super bedenklich finde. Abgesehen von dieser Alkohol- und Autofahrensache finde ich diese umgekehrte in Anführungszeichen Trinkkultur angenehmer als die deutsche. Wie das beim Essen dann weitergeht, ist, dass dieses große Stück Fleisch zwei, drei Stunden geschmort wird auf dem Grill, anschließend auf ein Holzbrett gelegt wird und in kleine viereckige Stücke geschnitten wird. Dann wird in eine Ecke des Holzbretts grobes Salz gestreut und der Grillmeister läuft mit dem Holzbrett rum und jeder nimmt sich mit seinen Fingern ein Stück Fleisch, tippt es in das Salz und isst es direkt. Das heißt, es ist auch Fingerfood, es gibt eigentlich normalerweise keine Teller. Oft passiert das Ganze dann auch im Stehen und es ist nicht dieses, wie in Deutschland, dass dann alle quasi in Reihe und Glied am Tisch sitzen, jeder mit Messer und Gabel und dann wird Kartoffelsalat und Brüllsalat und Würstchen und Spieß und so und Soßen und so. Nee, dieses Fleisch pur mit Salz mit den Fingern, zack und fertig. Und nach dem Pisco Sauer wird dann meistens auf Bier oder Wein eben umgestellt und später dann, je nachdem, wie gut oder schlecht die Stimmung auf Wasser oder Saft oder Cola. Und dieser Ablauf war zumindest auf allen Asiatos, auf denen ich bisher war, relativ der gleiche und es macht es angenehm, weil man ungefähr genau schon weiß, was einen erwartet. Auch wenn man bei Leuten ist, bei denen man noch nie war oder auch wenn da viele Leute sind, die man nicht kennt. Das heißt, man hat zumindest so eine Art Struktur, an der man sich festhalten kann. Und meistens ist das Ganze zwischen 11 und 2 Uhr dann vorbei. Und das Dritte, worüber ich sprechen will, ist eine Feststellung von mir, beziehungsweise von uns, als wir uns informiert haben über Chile und über die Kultur, haben wir Hörbücher gehört, also als wir noch in Deutschland waren und halt gegoogelt und geguckt, wie sind die Chilenen so. Und eigentlich wurde oft gesagt, dass die Chilenen, also sie sind die distanziertesten Lateinamerikaner. Das würde ich jetzt vielleicht auch mal so bestätigen, obwohl ich jetzt noch nicht so viele andere kennengelernt habe. Oder zumindest keinen Überblick habe, weil ich ja auch noch in keinem anderen lateinamerikanischen Land war. Was ich allerdings extrem angenehm finde, vor allen Dingen für mich als Frau, ist, dass jede Person auf die gleiche Art begrüßt wird. Wenn man in Deutschland jemanden neuen kennenlernt und gerade sozusagen, stellt euch vor, ihr kommt auf eine Geburtstagsfeier von einem Arbeitskollegen oder so und ihr kennt niemanden, dann ist es so, ha, ha, ich klopfe mal auf den Tisch, ich winke, ha, ich bin die Agnes, vielleicht schüttel ich die Hände. Und am Schluss, je nachdem, wenn man sich gut verstanden hat, dann gibt es vielleicht eine Umarmung oder wenn man betrunken ist, gibt es vielleicht eine Umarmung. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen awkward und man weiß nicht so, Hand, Umarmung, nur winken, nur auf den Tisch klopfen. Ja, ist immer so eine Sache. Ich meine, bei seinen eigenen Freunden oder seiner Familie, da weiß man natürlich, was zu tun ist. Aber gerade, wenn es halt um neue Leute geht. Und hier in Chile ist das alles easy und alles kein Problem, denn egal, wer wann wie wo, jeder wird mit einem Kuss auf die rechte Wange begrüßt. Und das ist natürlich schon sehr nah. Vor allen Dingen, weil man das auch macht mit Leuten, die man noch nie vorher gesehen hat und wo man auch vielleicht genau weiß, die sehe ich auch nie wieder. Aber der Ablauf ist so klar und vorhersehbar, dass es halt nicht zu so awkward Momenten kommt. Und das finde ich super angenehm, weil ich immer genau weiß, was ich zu tun habe. Ich gehe quasi, wenn ich auf eine Party komme und da sind jetzt 5, 6 Leute und ich kenne die alle nicht, dann kriegt jeder von mir einen Kuss auf die Wange und jeder, der geht, gibt wieder jedem einen Kuss auf die Wange und so weiter und so fort und dann wird das alles cool. Und das ist echt so angenehm, weil es einfach vorhersehbar ist. Das wird allerdings nicht im geschäftlichen Umfeld gemacht, sondern nur im privaten. Und für Männer ist es so, wenn mein Mann jetzt mit mir zusammen irgendwo hingeht, die Frauen kriegen von ihm auch den Kuss und die Männer kriegen die Hand. Fertig. Da ist es allerdings schon so unter den Männern, wenn die dann natürlich ganz dicke sind und Alkohol oder whatever, dann gibt es auch unter Männern am Schluss mal eine Umarmung. Also das heißt, er muss sich dann schon entscheiden, ob er den Jungs die Hand gibt oder ob er sie umarmt. Aber für mich ist es einfach. Okay, jetzt habe ich schon wieder sehr lang geredet. Das waren mal drei kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Chile. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die deutsche Version oder die chilenische Version angenehmer findet oder ob ihr Nachteile in den chilenischen Versionen seht. Waren auf jeden Fall alles Sachen, die ich am Anfang erst mal lernen musste und ja, war echt interessant auf jeden Fall. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Adieu! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017